Blut, rote Rosen, sei in diesem Buch Ich bin ein besorgter Bürger, der Angst vor Überfremdung hat Aber ich bin nicht rechts und ich bin erst recht kein Nazi Sie da, sehe ich etwa wie ein Nazi aus? Nö, würde ich jetzt nicht sagen Na sehen Sie, aber der ist wahrscheinlich für Sie auch ein Nazi, hm? Nazis, 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 lauter Nazis Wenn einem die Argumente ausgehen, dann holt man schnell mal die gute alte Nazikeule raus Es hat doch nichts mit Nazikeule zu tun Sie verhandeln sich das Leben sehr einfach Nur weil jemand die Mainstream-Meinung nicht teilt, ist er gleich ein Nazi Aber Nazi sein ist doch längst Mainstream, ihr Nationalsozialisten seid an der Macht Ach ja, ich vergaß, in Ihrer Welt sind ja alle Nazis Der Führer ist wahrscheinlich für Sie auch ein Nazi, was? Ja Jetzt reicht's aber Führerbeleidigung, mitkommen Das sind jetzt über... Ja, ja, ich weiß Nazi-Methoden Ja, ich bin in der Nichtverlusten Tabor, zum Beispiel Orlenok Ja, ich bin in der Kindheit, in der Patriotisch Tabor Azovec Just go, give him a hug Go, run, let's go Oh, Joki, Joki Great news, you've just been promoted And you get your own pistol Just go and shoot anybody who looks different to us Okay Okay Bye Just go, 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 go